Der Vorkampf ist ein Kampf in der Gütskasse bis 65 Kilogramm, der Junioren über 3x2 Minuten. Hier stehen sich gegenüber in der Ecke rot für den Boxclub Wesel Piotr Kametsky. Sein Gegner kommt für den Postkämpfer in München-Gladbach, es ist Edwin Keller, das ist mein Liebeskreis, ist Ivo Kassi. Applaus Marie Freie, Runde 1 Schöpfe Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 In der roten Ecke für den Griesenland Boxclub, das ist der Piotr Kamenski. Piotr ist 15 Jahre alt, M-Strip bisher 14 Kämpfer, 9 davon jungen her. Er ist der amtierende Duisburger Stadtmeister und wird heute von Engi Mahr und Ajan Korkmaz getreut. Der Engi, der ist von Piotr Kamenri und ihr macht das richtig. Euer Applaus für euren Juniors aus Schleswig. Applaus Ringweil, Runde 2 Ringweil, Runde 2 Kuss! 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 Okay, start! Okay! Das war's. 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 Wunderbar! 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 Sieger nach Punkt wurde der Box aus der blauen Decke. Der Epi-Keller-Hauskämpfer-Möchig-Clapper. So!